Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Lied von mir. Und in diesem Lied geht es darum, wie ein Häschen vor einem Jäger flüchtet und bei einem Reh Unterschlupf sucht. Und bei dem Lied lassen wir immer, nachdem wir es einmal gesungen haben, einen Teil weg und machen nur noch die Bewegungen. Und wie das dann geht, das seht ihr jetzt. Macht einfach mit. Die Bewegung blende ich wie immer unten ein. Und jetzt geht's auch schon los. In dem Wald, da steht ein Haus, schaut ein Reh zum Fenster raus. Kommt ein Häschen angerannt, klopft wird an die Wand. Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot. Liebes Rehlein, lass mich rein, will auch artig sein. Schaut ein Reh zum Fenster raus, kommt ein Häschen angerannt, klopft wird an die Wand. Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot. Liebes Rehlein, lass mich rein, will auch artig sein. Kommt ein Häschen angerannt, klopft wird an die Wand. Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot. Liebes Rehlein, lass mich rein, will auch artig sein. Klopft wird an die Wand, Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot. Liebes Rehlein, lass mich rein, will auch artig sein. Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot. Liebes Rehlein, lass mich rein, will auch artig sein. Sonst schießt mich der Jäger tot, liebes Rehlein, lass mich rein, will auch artig sein. Liebes Rehlein, lass mich rein, will auch artig sein. Will auch artig sein. In dem Wald, da steht ein Haus, schaut ein Ried zum Fenster raus. Kommt ein Häschen angerannt, klopft wird an die Wand. Hilfe, Hilfe, große Not, sonst schießt mich der Jäger tot. Liebes Rehlein, lass mich rein, will auch artig sein. Ja, das war das Lied über das Häschen und das Rehlein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Mitmachen und habt schön mitgesungen. Dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal wieder auf meinem Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und ciao. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.